John Everett Millet, Ophelia Der englische Maler Millet wählte für dieses Werk eine Szene aus Hamlet und beeinflusste damit die Ikonografie einer Figur nachhaltig, der ertrunkenen Ophelia. Zu sehen ist das ertrunkene Mädchen in einem pompösen Kleid. Sie treibt in einem nahezu stillen Gewässer, um sie herum ist verwildete Natur zu sehen. Viele Pflanzen sind so detailliert ausgearbeitet, dass sie gut identifizierbar sind. Bei der jungen Frau handelt es sich um die weibliche Hauptfigur des Stückes von Shakespeare. Die Liebschaft zu Hamlet wurde Ophelia von ihrem Vater Polonius verboten. Als Hamlet Polonius aus Versehen tötet und daraufhin verbannt wird, wird das Mädchen vom Wahnsinn ergriffen. Dass sie später tot in einem Fluss treibend gefunden wird, erzählt das Stück. Ob es jedoch wirklich Selbstmord war, bleibt offen. Der Tragik der Figur ist ein Suizid freilich zuträglich, weshalb auch der Maler Millet und subtile Hinweise für diese Annahme gibt, beispielsweise durch die Blumensprache. Die ungewöhnliche Motivwahl war seinerzeit neuartig. Als Modell für die berühmte Literaturfigur wählte er Elisabeth Siddle, die Ehefrau des Malers Dante Rossetti. Mit ihrer blassen Haut und den rötlichen Haaren war sie eine ungewöhnliche Wahl von aparter Schönheit. Millet schuf das Gemälde in zwei Etappen. Im Sommer 1851 malte er erst die Landschaft. Dies war mit einigen Hindernissen verbunden. Er klagte über Mücken, über die Gefahr, ins Wasser geweht zu werden, und erhielt sogar eine Beschwerde wegen unbefugten Betretens eines Feldes. Er blieb aber seinem Anspruch einer detaillierten Wiedergabe nach der Natur treu. Als es kälter wurde, ließ er sich hierfür sogar eine Hütte bauen. Im Winter desselben Jahres fügte er dann Ophelia hinzu. Das Kleid für sein Modell, die alle liebevoll Siddle nannten, hatte Millet für vier englische Pfund gekauft. Es sei zwar alt und schmutzig, aber doch prachtvoll mit seinem silbernen Floralmuster. Mit dem Kleid legte sich das Mädchen in eine gefüllte Badewanne. Vier Monate lang sollte Millet an dem Gemälde arbeiten. Eine bekannte Anekdote erzählt, dass dieser einmal vergaß, die Kerzen unter der Wanne auszutauschen, woraufhin Siddle krank wurde. Erst als Millet zustimmte, die 50-Pund-Arztrechnung zu übernehmen, sah der Vater des Mädchens von juristischen Konsequenzen ab. Da Millet mit der Blumensprache arbeitete, traf er den Nerv der viktorianischen Zeitgenossen. Er fügte den Erwähnungen bei Shakespeare weitere Pflanzen hinzu. Weide, Nessel, Stiefmütterchen und Gänseblümchen symbolisieren die Trauer über die unerwiderte Liebe, aber auch die Unschuld und Reinheit von Ophelias Zuneigung. Diese Blumen treiben über dem Kleid der Toten. Aus Pfeilchen hat sich das Mädchen vor ihrem Tod eine Kette gebastelt. Diese werden im Stück gesondert erwähnt. Ophelia selbst sagt, Ich wollte euch ein paar Pfeilchen geben, aber sie welkten alle, da mein Vater starb. Die Pfeilchen stehen somit als Symbol für das frühe und unverhoffte Ableben. Auch den Mohn, die Blume des Todes, hat Millet hinzugefügt. Ebenso wie das selbsterklärende Vergissmeinnicht. Ophelias Pose mit den geöffneten Armen steht für ihre reinen Absichten und ihre Hilflosigkeit und wurde in der Folge von zahlreichen Künstlern übernommen.